Das Lager hat keinen Strom. Mal sehen. Es sieht aus, als würde das Lager primär aus Quellen in der Nähe Energie beziehen. Ist wohl ein Problem am Versorgungsnetz. Und was können wir da machen? Das wird schwierig. Außerhalb von Zion steht ein Solarturm, der die Einrichtungen dort mit Strom versorgt. Scheint ganz so, als gäbe es ein Problem mit dem Turm. Wir müssen da hin und nachsehen. Wir müssen da hin und nachsehen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Dann sind wir hier wohl richtig. Da drüben ist eine Drohne. Hallo, ich bin Service 001. Standarddienstrohne. Maßnahme durch Administrator nötig. Fehler im Solarturm, ORCA A091078CQ, Statusbericht, Neustart fehlgeschlagen. Abdeckung ist fehlerhaft. Maßnahme durch Administrator nötig. Fehler kann durch aktuelle Funktionen der Dienstdrohne nicht behoben werden. Stromzufuhr zu nahegelegenen Einrichtungen wird eingestellt. Update, Versorgungslager, Status inaktiv. Bestätigung durch Administrator nötig. Moment, ich verstehe nicht ganz, was das heißen soll. Meinst du, die Abdeckung des Solarturms ist kaputt? Tut mir leid. Dienstdrohne, Sprachausgabe beschränkt vorhanden. Abdeckung benötigt Bestätigung durch Administrator. Fehler so schnell wie möglich beheben. Fehler so schnell wie möglich beheben. Ich kann loszul rectum. Ich kann loszul corren. Das ist ein Problem. Soll ich ganz, was Ich bin jetzt hier. Aber ein Liebespresident. Spüren, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Das war's für heute. Systemfehler. Neustart bescheitert. Es gibt offenbar ein Problem mit dem Solarturm. Warte mal, was ist denn? Die Dienstdrohne steckt scheinbar unter den Trümmern fest. Sie wollen. Vielen Dank, Administrator. Vielen Dank. Systemwartung kann jetzt fortgesetzt werden. Gut. Immerhin ist die Drohne intakt. System wurde bereinigt. Neustart erfolgreich. Ist das Problem jetzt behoben? Ich sehe meine Arme. Ich sehe meine Arme. Das war's. Neustartsequenz des Solarturms abgeschlossen. Einrichtung wieder mit Stromversorgung. Status betriebsfähig. Vielen Dank an den Administrator. Bester Administrator, Administrator des Monats. Weißt du was Administrator des Monats bedeutet? Bester Administrator ist Administrator des Monats. Solarturm-Status normal. Sämtliche Funktionen wieder voll nutzbar. Wartungsarbeiten wieder aufgenommen. Klasse. Jetzt sollten wir das Lager wieder nutzen können. Diese Dinger, äh, ich meine die Drohnen. Weißt du wie lange sie den Thron schon beschützen? Das weiß ich nicht genau. Aber wir machen bestimmt so lange weiter, bis sie keine Energie mehr haben. Das weiß ich nicht genau.